servus liebe zuschauerinnen und zuschauer und herzlich willkommen zu mein weg wir sind heute vor der saturn arena in ingolstadt mit daniel weiß hallo servus jetzt habe ich schon gesagt wir stehen vor der saturn arena denn sie haben im alter von sechs jahren mit dem eiskunst laufen begonnen wie hat denn das bei ihnen eigentlich angefangen also erstmal vielleicht noch einmal ein satz zur saturn arena das ist nämlich mein lieblingsort hier in ingolstadt ich wohne ja mittlerweile in frankfurt und ich habe so tolle erinnerungen hier an die arena da waren schon so viele ingolstädter in ausverkauften häusern da das war immer so emotional und toll und deswegen jedes mal wenn ich hier nach ingolstadt reinkommen fahre ich auch absichtlich die straße hier runter um die saturn arena zu sehen weil das so warme erinnerungen tolle erinnerungen sind und ich hoffe sehr dass wir nach der pandemie endlich mal wieder schöne feste hier feiern können aber jetzt zur ausgangsfrage boah das ist so lange zurück mittlerweile ja aber ich weiß ich hatte eigentlich nie vor eiskunstläufer zu werden ich war auch viel zu jung ich war fünf jahre alt ich glaube mit fünf hat man noch gar keinen gedanken was man wirklich ob man da was sportlich machen will ich weiß nur dass wir damals meine mutter musste ins krankenhaus und eine freundin musste auf sie auf mich aufpassen wissen damals am alten stadion ich da gab es ja die saturn arena noch bei weitem nicht in der jahrenstraße an dem gebäude vorbeigelaufen und ich fragte was da wohl drin ist da sagte sie da ist eine eishalle ja eis zum essen da sagte sie nein nein da laufen leute eis auf der fläche und das wollte ich gern sehen und sie hat mich damals reingeführt das hat da eine d mark bezahlt und dann stand ich an dieser eisfläche und man vergisst ja ganz viele dinge aus der kindheit aber diesen moment als ich diese eisfläche gesehen habe habe ich jetzt noch vor augen den geruch noch in der nase wie das aussah und das war so der erste moment dass ich eine eisfläche gesehen habe und auch die menschen die sich darauf bewegt haben ich habe dann meine eltern zu tode genervt das war so september schätze ich mal da machen ja die eisheilen meistens auf und dass ich zu weihnachten schlittschuh geschenkt bekomme und dann habe ich schlittschuh geschenkt bekommen und da begann die reise wie hat es dann alles funktioniert also sie haben ja als amateur angefangen wie wird man dann überhaupt profi war das schon von anfang an klar nein nein gar nicht das stand glaube ich auch bei meiner familie die aus einfachen guten verhältnissen kommt einfach nie lebensplan der junge sollte beschäftigt sein meine mutter und mein vater haben mich damals zum publikumslauf geschickt ich habe da spaß gehabt habe mir das selber beigebracht und das war einfach nur so ein hobby um das mal auszuprobieren niemals hätte damals irgendeiner von uns daran gedacht dass das lebensweg komplett in eine andere richtung verändern würde also mit sicherheit wer mein lebensweg in ingolstadt meine eltern waren über 30 jahre bei audi ein klar vorgegebener weg auch in richtung audi gewesen das wäre auch ein schöner weg gewesen aber so ging der in eine ganz andere richtung und dann hat wohl eine vereinstrainerin damals erika pfeiffer hieß sie es war eine ältere amerikanische dame die hat mich im publikumslauf beobachtet und kam irgendwann mal zu mir und sagte woher kannst du diese dinge die du da machst in welchem verein bist du ich bin in keinem verein ich habe mir das alleine beigebracht und sie sprach danach mit meinem papa hat gesagt dass wir ein junge den würden wir gerne im verein haben und mein papa hat damals zugestimmt und so bin ich in den verein gekommen und so begann der weg jetzt haben sie gesagt sie konnten das einfach und haben sich das selbst beigebracht also hatten sie wirklich so dieses naturtalent für das eiskunstlaufen wahrscheinlich war das damals so ich habe es einfach abgeguckt und dann ich glaube schon auch dass diese trainerin aus amerika erika pfeiffer einen einen ganz wichtigen punkt bei mir getroffen hat die hat mich dann trainiert und dann durften wir ja früher beim erz ingolstadt eishockey abteilung in den pausen immer auftreten und es war gar nicht so leicht weil eishockey publikum hat gar nichts mit eiskunstlaufen zu tun da wirst du eher ausgepfiffen und ich sollte damals die clown nummer laufen und erika pfeiffer diese amerikanerin hat mich dann in den zirkus krone gebracht hat mit denen gesprochen und hat vereinbart dass ich den clown treffen konnte und der hat mir dann die schminke gezeigt und hat mir ein bisschen was über sich erzählt und dann durfte ich diese clown nummer auf dem eis machen und das war ein ding da war auch ausverkauftes haus und ich wurde bejubelt von den zuschauern und ich glaube jubel von zuschauern in kombination mit dem was du gerade machst das war so eine droge die vergisst man da nicht das ist so eine motivation für einen jungen sportler das wollte ich immer wieder erleben den leuten hat es gefallen das hat mir gefallen dann ist man motiviert zu trainieren und so entwickelte sich das unglaublich rasant dazu war ich natürlich als junge auch ich sage jetzt mal von von zehn eiskunstläuferinnen sind acht eiskunstläufer mädchen und zwei jungs dabei und damit war ich natürlich einer von wenigen auch hier in bayern und ich hatte talent ich habe mich schnell entwickelt und dadurch habe ich natürlich auch einen irrsinnig rasanten weg hier durch die bayerische junioren und jugendspitze gemacht wie viel zeit haben sie dann ins training investiert damals also ich daran kann ich mich gar nicht mehr so genau erinnern ich weiß nur dass ich schule hatte und dann ins auto gepackt wurde hierher gekommen bin und dann so viel eis es gab so viel haben wir trainiert und dann habe ich irgendwo hausaufgaben gemacht und bin wieder ins bett gegangen ich glaube das war eigentlich meine komplette kindheit und jugend und oft wurde ich gefragt ja aber hast du dann nicht so was schönes aus deiner jugend verloren nein ich habe was ganz tolles gewonnen ich habe eine ganz andere kindheit und jugend gehabt ich war damals noch in karlsgron zu hause der weg hierher waren kurzer ich bin zu wettkämpfen gefahren ich war immer unterwegs natürlich musste ich viel trainieren aber es war einfach wunderschön so was zu machen und mir hat es immer spaß gemacht mich hat nie jemand dazu gezwungen die waren ja bei der deutschen meisterschaft europameisterschaft und so weiter wie war das für sie was hat ihnen das bedeutet da laufen zu dürfen das sind natürlich schon jetzt große sprünge da lagen ja so viele jahre zusammen ich muss dazu sagen auch an nicht nur höhen es gab auch viele tiefen viele niederschläge weniger niederlagen aber oft halt wie es so oft ist im vereins aber vor allem im verbandsleben auch ich sag jetzt mal um es platt und schnell zu verstehen auch böse menschen die einem das nicht gönnen aber vielleicht auch eigene blindheit mit dabei und da gab schon auch ein paar tiefschläge unterwegs und ich glaube einer der schlüssel punkte war als ich ingolstadt damals verlassen habe auf anraten meines trainers was ja auch selten ist die trainer wollen ja gerne gute läufer klammern und der hat gesagt pass auf der junge hat talent bring ihn nach oberstdorf ins leistungszentrum nur da kann er was werden und ich bin ja dann habe ja meine eltern hier ingolstadt verlassen und bin als elfjähriger nach oberstdorf alleine gegangen und dort hat das ganze natürlich noch mal einen schub bekommen internationale wettbewerbe das erste mal im ausland in russland in japan überall wo ich da unterwegs war das war irrsinnig das sind auch dinge die wichtig sind für jungen sportler da langsam hinein zu wachsen weil eins kann ich sagen dass mein erster auftritt bei einer europameisterschaft 89 das war von nervosität geprägt das war enorm aufregend aber ich bin auf anhieb fünfter geworden ich bin sofort fünfter bei europameisterschaften geworden da war so ein druck danach da das war vielleicht für die entwicklung gar nicht so gut ich kann mich nur erinnern damals in birmingham in england war das ich bin gut pflicht gelaufen ich habe ein gutes kurzprogramm gemacht lag da in der top gruppe und musste bei meiner erste europameisterschaft in der letzten gruppe laufen das heißt in der besten gruppe wo alle fernsehstationen der welt drauf sind um das zu zeigen damals hatte eiskunst laufen ja noch auch diesen stellenwert im sport und das hat mich erdrückt und ich weiß ich bin mit schlittschuhen an draußen so wie wir hier sind in birmingham rumgelaufen ich war so nervös ich habe mir gesagt am liebsten würde ich in diesen nächsten englischen bus einsteigen und abhauen weil der druck war so enorm groß aber irgendwie habe ich es geschafft bin da fünfter geworden und ja das war natürlich mein bestes ergebnis dass ich international dann bei so großen meisterschaften erreicht haben sie haben ja schon vorhin gesagt dieser jubel von den menschen das ist das was einen dann auch mit antreibt und süchtig macht war das bei den meisterschaften dann genauso ja total du fühlst dich ja gerade als fußballer bist ja mit elf oder daneben doppelt so vielen spielern auf dem feld als eiskunstläufer bist du außer bei dem paaren und im tanzen alleine auf dem eis das würde ich vergleichen wie in der stirkampf arena und gerade wenn man in amerika läuft da sind ja die die zuschauer bis ganz nach unten an die bande die fläche ist ja ein bisschen kleiner als die olympische fläche und das ist schon ein brutales gefühl und also ich habe es geliebt die sportler lieben es eigentlich alle weil dafür macht man den ganzen jahr man hat ein jahr 365 tage hat man sich abgeackert hat auch viele tiefen durch lebt und dann darfst du diesen moment da auf dem eis stehen und genießen und dein bestes zeigen und wenn du dann ein gutes programm bei uns kommt ja auch noch die kunst dazu wenn du die leute unterhalten kannst wenn die auf die musik deine gestik dein schauspiel reagieren wenn die sprünge dann noch klappen ist das für mich der schönste sport den es gibt wo sie nie dabei waren sind die olympischen spiele warum hat das nie geklappt weil ich mich nicht qualifiziert habe da kam sehr viele umstände zusammen die sicherlich das ganze beeinflusst haben mein früherer trainer karl pfeiffer hat mir ein jahr oder ja ziemlich genau ein jahr davor nach der weltmeisterschaft hier in münchen war die da bin ich nicht gut gelaufen war der druck zu groß konnte ich nicht mit fertig werden war einfach schlecht da kam es zum missverständnis da er mich geohrfeigt und das ging natürlich gar nicht kam es zu einer trennung mit ihm und danach bin ich nach paris ins ausland gegangen zu trainern und ich glaube diese ganze mischung ein jahr vor olympia die heimatstädte zu verlassen irgendwo anders zu trainieren mein vater ist schwer erkrankt all diese umstände waren nicht optimal für die vorbereitung und damals bei den deutschen meisterschaften bin ich dritter geworden war nicht qualifiziert video für die europameisterschaft damals war das so dass du nur eine meisterschaft hattest um dich zu qualifizieren heute haben die sportler ja sechs wettkämpfe um sich die punkte zu sammeln damals war es ein wettkampf ein schlechter tag im leben und der traum war vorbei und so war das bei mir die zwei jungs haben sich bei europa nicht qualifizieren können damit ging kein deutscher herr nach nach alberville das wären meine olympischen spiele gewesen war lange ein schwarzer fleck auf meiner als kunstlauf seele aber dann als ich als journalist erste mal dabei war war der knoten eigentlich gelöst aber ja es ist sehr schade dass ich das nie geschafft habe man kennt es ja auch von vielen sportlern dass verletzungen auch oftmals dazu kommen hatten sie da größere probleme damit nee ich habe relativ glücklicherweise normalen körperbau ich hatte nie größere probleme klarkommen wie welchen hier adduktoren probleme dazu aber ich hatte nie große verletzung sorgen was war dann ihr persönliches highlight aus den ganzen meisterschaften ist ihnen da ein auftritt besonders in erinnerung geblieben ja auf alle fälle ich war sehr sehr gerne in kanada da bin ich immer den weltcup eigentlich gelaufen und die haben damals einen und das war meine stärke so einen künstlerischen wettkampf gemacht da ging es nicht um sprünge sondern nur um die kunst und den wettkampf habe ich mit standing ovations gewonnen und dann am nächsten tag muss ich den normalen wettkampf laufen und ich hatte damals ein michael jackson kurzprogramm meine kostümdesignerin hat mir das original thriller jacket geschneidert und ich hatte diesen silberhandschuh von michael jackson nur du durftest damals im eiskunstlauf keine handschuhe tragen und auch keine props also irgendwas was man wieder entfernen kann und damals bin ich auf die eisfläche gegangen und dann kamen die preisrichter schon im training und haben gesagt ja aber den handschuh den darfst du nicht mitnehmen ist aber das doch michael jackson das gehört dazu nein ging nicht und dann bin ich beim einlaufen das hat sich dann in den medien herumgesprochen darüber wurde geschrieben und leute haben den kopf geschüttelt und beim einlaufen zum wettkampf wir haben ja da sechs minuten habe ich den handschuh getragen das ist dann auch legal und dann wurde ich zum wettkampf aufgerufen und dann haben die leute haben schon gejubelt dass ich den handschuh an hatte und dann bin ich bin ich raus gelaufen bin zum schiedsrichter hingelaufen habe so genüsslich meine handschuhe abgezogen habe den auf die bande gelegt und bin dann an meine stelle gelaufen und habe dieses kurzprogramm gelaufen das war ein riesen risiko weil wenn du dann auf den arsch fällst bist du der tab ja ich bin richtig gut gelaufen habe dann damals vor den 5000 kanadiern stehende ovationen bekommen habe den handschuh wieder abgeholt und bin dann beim weltcup dritter geworden ich glaube das war so mit das schönste erlebnis dann sage ich vielen dank fürs erste sie haben schon kurz angerissen dass sie jetzt als journalist tätig sind darüber würde ich auch noch gerne sprechen aber davor machen wir eine ganz kurze pause willkommen zurück zu mein weg jetzt haben wir viel über ihre karriere als profisportler geredet die war aber irgendwann zu ende wie ging es denn danach weiter für sie ich habe so oft wirklich glück im leben gehabt natürlich auch fleiß aber das war natürlich schon ein glücksfall ich wollte immer auch während meiner laufbahn schon journalist werden ich habe in oberstdorf ja schon während der bundeswehr zeit bei radio allgäu gearbeitet und da meine ersten eindrücke gesammelt und dann habe ich war ich ja bei der eis show ein jahr nach ende meiner amateur karriere stelle die taschen in stuttgart in meiner wohnung ab und es klingelt das telefon und eurosport ist dran und die sagt mir ja der euro sport kommentator hans-joachem rauschenbach war eine legende damals bei der ard und dann später bei eurosport der hört auf wir suchen neuen eiskunstlauf kommentator und haben da an sie gedacht und selbstverständlich und bin nach paris geflogen zwei tage später und habe da meine ersten tests gemacht und haben sie gesagt ja okay wir lassen sie mal mit peter voigt einer früheren radsport legende kommentator legende zusammen kommentieren und so begann der weg für mich als journalist wie groß war die umstellung vom selbst laufen zum kommentieren enorm groß ja doch enorm groß weil es ganz komisch war plötzlich den sport von außen zu betrachten und rückblickend muss ich sagen vor allem nach so ein zwei jahren als ich den job sehr intensiv bei euro sport gemacht habe wir haben ja die europa die weltmeisterschaft die olympischen spiele komplett übertragen ich habe da 30 stunden in der woche kommentiert plus einige andere wettkämpfe noch da habe ich zum ersten mal wirklich meinen sport bewusst von außen analysiert und habe mir damals eigentlich gedacht schade dass ich das nicht schon während meiner amateur karriere gemacht habe weil ich hatte sehr sehr scheuklappen auf war sehr auf mich fokussiert auf mein team fokussiert und diese analyse hätte mir als sportler gut getan und hat natürlich auch spaß gemacht weil dir die droge zuschauer und anerkennung dann plötzlich fehlt das geht ganz vielen sportler vielen sportlern so dass sie plötzlich nicht mehr diese aufmerksamkeit haben und die hatte ich da ich habe war schon immer einer der sehr auf den punkt und teilweise sehr kritisch kommentieren konnte und dass sie sofort feedback bekommen denn entweder positives feedback weil ich etwas gut fand oder ich habe gesagt dass und das ist nicht gut dann waren die sportler oder trainer sauer auf mich also das hat man sofort gemerkt da wird einem zugehört sie haben gesagt am anfang war es komisch den sport plötzlich von außen zu sehen wie lange haben sie dann wirklich das vermisst aktiv als profi unterwegs zu sein das gute war ja ich habe ja während meiner zeit als als euro sport kommentator habe ich noch bis ich 30 war als profi gearbeitet das war ich war noch selbst auf dem eis und habe schon kommentiert war mit ganz tollen show veranstaltungen in der ganzen welt unterwegs in amerika viel hier in europa mit isabel und paul de chenet das waren ganz tolle eistänzer haben wir eine 60 städte frankreich tournee gemacht dazu bei euro sport kommentiert das war ja immer noch da jetzt war der druck nicht mehr da ich konnte nur noch die freude des sports ausdrücken und zeigen habe dabei noch gutes geld verdient und insofern war das eigentlich eine win-win situation hatten sie dann eine art journalistische ausbildung oder ging das von einem zum anderen null ich habe eher die erfahrung als sportler damit reingebracht aber ja vielleicht ich meine die zeit bei euro sport mit peter woit auch zusammen das zusammen kommentieren das war schon super weil der hat mich natürlich geführt der hat kaum was fachliches gesagt der hat irgendwie so den guide gemacht hat hat begrüßt hat verabschiedet hat die ergebnistafeln eingeordnet und so habe ich schon gelernt so funktioniert es und so ist der rhythmus ich habe bei euro sport viel gelernt ich habe ja bei euro sport später auch die euro sport news kommentiert ich habe tennis kommentiert das war viel schule natürlich dabei aber und sowas gibt es ja heute gar nicht mehr im journalismus jetzt vielleicht wieder ein bisschen mehr durch das streaming früher gab es das streaming einfach nicht aber welcher junge reporter konnte schon mal 30 stunden in der woche kommentieren die meisten kommen mal fünf minuten einen testbeitrag machen und das mal gleich heiß vor publikum das war schon glaube ich besser als jede journalistenschule jetzt haben sie gesagt am anfang hat sich das ein bisschen überschnitten sowohl profisportler als auch kommentator wie ist es dann heute wie schaut ihr arbeitsalltag aus ich bin jetzt festangestellter redakteur der aad ich bin nur noch am rande reporter ich bin eher im management beim hessischen rundfunk in der sportredaktion da gibt es eine ganze menge zu tun das hat sich verschoben eher ins management aber wenn ich dann einmal im jahr eiskunst laufen kommentieren kann dann blüht sofort das sportlerherz und das kommentator herz wieder auf und highlights sind natürlich dann immer die olympischen spiele wie jetzt zuletzt eben in peking und das war natürlich irrsinnig und dann noch bei den vorfällen die da passiert sind da kann man zeigen was man drauf hat und da lebt das kommentator herz schon immer auf aber mittlerweile ist mein job eher management einer sportredaktion wie viel zeit verbringen sie dann heute noch privat auf dem eis null vermissen sie es nein ich spiele jetzt golf ich habe ich habe so lange in meinem leben auf dem eis gestanden habe gefroren habe trainieren müssen ich war zwischenzeitlich war meine tochter linea ist ja eine talentierte sängerin künstlerin wollte auch mal eiskunstlauf machen da war ich dann so ein bisschen als trainer mit involviert da stand ich dann wieder auf dem eis habe dabei die augen gerollt aber das hat sich auch schnell erledigt weil sie jetzt eher in die musikalische richtung geht was auch gut so ist denn ich glaube der der eiskunstlauf sport dem fehlt dem fehlt die jugend dem fehlt die eiszeit deswegen haben wir mittlerweile auch keine erfolge mehr da und deswegen bin ich da kaum mehr involviert sie haben es kurz angesprochen als trainer warum hat das nicht funktioniert für sie waren noch nie noch nie eine agenda bei mir ich habe immer großen respekt vor meinen trainern gehabt aber ich hätte mir das nie angetan weil du bist immer abhängig von von sportlern von eltern vor allem eltern können sehr unangenehm sein wenn es um die erfolge ihrer kinder geht das wäre nie mein ding gewesen ich bin da nicht so kompromissbereit wie man das als trainer durchaus sein sollte und deswegen wäre das kein guter job für mich gewesen was möchten sie dann jungen aufstrebenden eiskunstläufern mit auf den weg geben was braucht es braucht viel zeit viel energie es braucht guter trainer und auch den mut schritte zu gehen die vielleicht unbequem sind weil hier in deutschland haben wir nur wenige möglichkeiten und wenn wir ein mega talent haben dann würde ich mir auch vom verband und auch von den sportlern und dem umfeld selbst mal das wünschen was mein trainer damals als ich sechs jahre alt war oder da war ein tick älter gesagt hat mich nämlich loszulassen und zu sagen du musst jetzt dahin gehen weil da ist deine zukunft das passiert zu wenig und ich habe auch das gefühl dass unsere spitzensportler mittlerweile zu weich sind und zu sehr jammern über dinge da muss man auch mal mit dem kopf durch die wand nicht umsonst ist eine aljona savchenko olympiasiegerin geworden weil sie diesen biss hat und der fehlt mir bei den sportlern so ein bisschen momentan und auch die selbstkritik wie ich das damals gemacht habe ich bin oft nicht gut gelaufen aber ich habe mich den medien angestellt und habe gesagt pass auf das war heute ein schlechter tag ich bin sehr enttäuscht über mich selbst und ich möchte jetzt eigentlich dazu nichts mehr sagen weil ich ärgere mich jetzt erst mal heute stellen sich unsere sportler hin und beschönigen das was sie gemacht haben werden zuletzt ersten fall bei den olympischen spielen und damit bin ich gar nicht einverstanden ich wünsche mir da mehr ehrlichkeit und mehr härte zu sich selbst wenn sie noch mal auf ihren lebensweg zurückblicken würden sie sich irgendwann anders entscheiden oder sagen sie das war alles gut so wie es gelaufen ist ja das rückblickend ist es immer einfach ja natürlich es gab einen moment da hat sich das einzige mal eigentlich mein vater der mich immer begleitet hat auf dieser auf diesem weg hat sich da eingemischt und hat gesagt du musst hier dieses trainerteam verlassen und ich erlaube das nicht mehr du musst jetzt einen anderen weg gehen das hat er sonst nie gemacht meine eltern haben sich wirklich nie eingemischt da da recht gehabt und das hätte früher passieren müssen vielleicht wäre ich dann in einigen dingen noch erfolgreicher gewesen man muss ich einfach man muss den mut haben entscheidung zu treffen auch die unbequem ist ein umfeld ein sicheres umfeld zu verlassen und das habe ich damals nicht gemacht oder zu spät gemacht und das bereue ich nach ein jahr wenn wir noch einen ausblick in die zukunft geben möchten was für projekte oder pläne stehen in zukunft an bei ihnen oder gibt es so viele ich bin jetzt 53 und die ideen hören nicht auf ich würde mir als naher zukunft wünschen dass wir wieder zurückkehren können hier in die in dieser turnarena die ich so gerne mag ich würde gerne wieder diesen vibe spüren des publikums ich bin da so nervös wie bei einer weltmeisterschaft kein schmarrn ich vor bevor die veranstaltungen losgehen zittern mir die hände ich bin da in meiner umkleide guck mir meine texte noch mal an aber wenn ich da raus laufe aufs eis und ich spüre dieses ingolstädter publikum und das ist jetzt natürlich auch werbung für diese show aber das spüre ich auch so im herz du wirst sofort aufgenommen wir haben eins der das beste publikum der welt die zuschauer werden bejubelt ich würde mir wünschen dass wir hier wieder die eiskala auf die beine stellen können dass die wieder stattfindet geplant ist sie für dieses jahr am 18 dezember so viel kann ich schon verraten aber das wäre wirklich ein herzenswunsch denn ingolstadt liebt diese show war immer ausverkauft und ich würde mir wieder wünschen dass ich dieses warme gefühl der zuschauer spüren darf jetzt haben sie gesagt sie spielen jetzt golf können sie sich vorstellen dass sie in zukunft mal wieder zurück aufs eis verschlägt nein das das glaube ich nicht ich was ich gerne mal als ich spiele golf ich lieb den kitzel am golf erst ähnlich technisch schwieriger sport wie eiskunstlauf jeder millimeter verändert das ergebnis dass der ball dann bringen wird ich kann mir durchaus vorstellen dass ich in ein paar jahren zumindest beraten tätig werde im eiskunstlauf sport ich habe jetzt gerade einem ukrainischen sportler geholfen vielleicht hier wieder fuß zu fassen und mit seiner familie hierher zu kommen und dann wieder neues umfeld zu bekommen das hat mir sehr viel gegeben aber ich bin nicht so einer der sich da aufdrängen will da war es tatsächlich so da habe ich mich zum einen angeboten zum anderen kam man auf mich zu ich glaube ich würde da schon gerne beraten tätig werden ich glaube ich habe in meiner laufbahn als journalist als eiskunstläufer als profi als kunstläufer so viel erfahrungen gesammelt das kann man durchaus zurückgeben und ich glaube auch bei uns im in der deutschen eislaufunion läuft seit vielen jahren nicht alles rund ich glaube auch da könnte man nicht nur auf mich es gibt mehrere gute athleten die wir in der vergangenheit hatten die sehr viele erfahrungen haben im leben jetzt die man vielleicht an einem tisch versammeln könnte um diesen sport wieder ein bisschen aufzubauen denn die anerkennung des als kunstlaufsports wie so viele andere sportarten hat enorm nachgelassen das fing bei mir damals an als ich aktiver sportler war davor war das schon deutlich besser da hatten die eine hohe anerkennung aber das hat rapide abgenommen und ich würde mir wünschen dass wir das wieder aufbauen und es hängt immer mit dem erfolg der deutschen läufer zusammen nur wenn wir erfolgreiche deutsche eiskunstläufer haben wird die bevölkerung auch daran interessiert sein keiner will 16 17 18 platz angucken regelmäßig aber so kleine helden wieder zu kreieren das wäre schon toll was glauben sie wie realistisch ist es dass das funktioniert dass man den eiskunstlauf wieder populärer macht das ist eine aufgabe die keiner beantworten kann da muss man sich einfach mit neuen ideen heranwagen mir fehlt insgesamt auch beim verband und dem umfeld dort mut zum risiko der verband wurde seit vielen jahren nur verwaltet die leute und die läufer und die trainer wurden kaum geführt aber da wieder bereitschaft zum risiko zu gehen mehr eine gemeinschaft daraus zu bilden da ist es dann wieder wie im fußballteam eine gute gemeinschaft ein gutes zusammen führt auch zum guten ergebnis als team und das ist in diesem sport genauso dann sage ich vielen dank für die einblicke in ihr leben sehr gerne das war es dann mit mein weg für heute ich würde mich freuen wenn sie auch beim nächsten mal wieder einschalten